Game Based Game Check, der Game Check der LFK, der Medienanstalt für Baden-Württemberg und der Computerspielschule Stuttgart. Im heutigen Game Check möchten wir uns das Spiel A Juggler's Tale angucken. Das ist ein Indie-Spiel, das von dem deutschen Entwicklerstudio Kaleidos Cube entwickelt wurde. Das Spiel kam im September 2021 für den PC, Playstation und die Xbox raus. In A Juggler's Tale schlüpft der Spieler in die Rolle einer Marionette namens Abby, die aus ihrem Schicksal als Zirkusattraktion ausbrechen will. Begleitet wird man im Spiel dabei vom Geschichtenerzähler und Marionettenspieler, welcher euch durch Sprüche und Reime immer gekonnt die Situation beschreibt. Doch natürlich ist es so, dass in der sehr schön gestalteten Welt nicht alles und jeder einem wohlgesonnen ist, weshalb man immer wieder Fallen ausweichen muss, Banditen entfliehen oder Kreaturen bekämpfen muss. Es hat schon wirklich eine märchenhafte Atmosphäre, auch wenn es trotzdem sehr an Spiele wie zum Beispiel Limbo erinnert, die ja eher mit ihrer düsteren Atmosphäre präsent gewesen sind. Und etwas, was sich durch die Gamechecks bisher auch immer gezogen hat, ist der Faktor, dass die Musik sehr, sehr schön ist und einen sehr gut begleitet und wahrscheinlich auch diesen Märchenfaktor unterstützt. Das Spiel kombiniert Plattform- und Rätselelemente mit einer Geschichte über Freiheit, Selbstbestimmung und den Mut, gegen gesellschaftliche Erwartungen anzukämpfen. Das Besondere bei diesem Spiel ist, dass die Grafik bemerkenswert anders ist. Anders kann ich es gar nicht ausdrücken, weil ich zuvor noch nie so ein Spiel gespielt hatte. Es ist komplett in einem handgezeichneten Stil gehalten, die Umgebung ist sehr detailreich gestaltet und die Charaktere haben eine einzigartige Ästhetik, die das Spiel zu einem visuellen Erlebnis macht. Das Spannende bei dem Spiel ist nämlich auch, dass alles in einer Marionettenoptik gehalten ist. Das bedeutet, dass die Figuren im Spiel so aussehen, als würden sie sich an Schnüren entlang bewegen und als wäre alles innerhalb eines Puppenspiels. Ich zumindest habe davor noch nie ein Spiel gespielt, in dem Marionetten vorkommen. Ich habe in echt auch noch nie viel mit Marionetten zu tun gehabt, deswegen war das auf jeden Fall ein Eyecatcher für mich. Wenn wir das Spiel aus der Perspektive der Möglichkeit des Unterrichts betrachten, ist es vor allem, was Design und Darstellung von Charakteren angeht, sehr spannend. Die Optik von Marionetten spiegelt eine Kunstform wieder, der ich, wie gesagt, nie wirklich viel Aufmerksamkeit geschenkt habe. Aber es ist ein stilistisches Mittel, das sehr, sehr gut ankommt und mal was Neues ist. Durch die fesselnde Geschichte werden Themen wie Selbstbestimmung, da sie ja eben aus diesem Zirkus ausbricht und in die große weite Welt geht, die aber mit Gefahren verbunden ist, konfrontiert. Man muss Mut aufbringen und aus dieser sozialen Norm, die in diesem Fall der Zirkus ist, auszubrechen. Und der Spieler kann durch Interaktion mit den Charakteren und der Umgebung wichtige Lektionen über Empathie, Zusammenarbeit und Problemlösung lernen. Unabhängig davon, dass es künstlerisch sehr schön gestaltet ist, fördert das Spiel auch kritisches Denken und Entscheidungsfindung, da der Spieler vor sehr viele moralische Dilemma gestellt wird und die Handlungen im Spiel auch Konsequenzen haben. Davon bin ich immer ein Fan in Spielen, weil man durch die Entscheidung, die man trifft, eben auch wirklich Einfluss nimmt auf das Spiel und sozusagen auch immer wieder hinterfragen kann, ob man richtige Entscheidungen getroffen hat oder etwas anderes doch vielleicht die bessere Variante gewesen wäre. Das habe nicht nur ich mir gedacht, denn das Spiel wurde mehrfach für den Deutschen Entwicklungspreis nominiert und gewann mehrere Auszeichnungen, die im Detail auf der Website des Spiels aufgelistet sind, darunter auch den Deutschen Computerspielpreis. Juggler's Tale ist jetzt nicht im klassischen Sinne ein Lernspiel. Die Vorteile, die man daraus ziehen kann, sind eher nebenbei in einem Spiel verpackt. Aber das sind eben auch Spiele, die wir auf der Games im Unterrichtsseite bzw. in diesem Podcast eben mit reinnehmen möchten, denn es geht natürlich auch primär darum, Spaß zu haben beim Spielen. Und das haben wir ja auch schon mehrmals diskutiert, dass Lernspiele das oft etwas verfehlen, weil der Spielspaß fehlt. Hier sind diese Sachen, die aufgegriffen werden, wie die moralischen Dilemma, die Kunstform, die Art und Weise, wie alles gezeichnet ist, in eine sehr schöne Art und Weise verpackt, sodass man sie aufnehmen kann und gleichzeitig das Spiel auch sehr, sehr gut genießen kann. Insgesamt ist also Juggler's Tale nicht nur ein unterhaltsames Spiel, sondern auch ein wertvolles pädagogisches Werkzeug, wenn man es richtig einsetzt. Und jetzt gerade ist das Spiel für drei Euro auf Steam erhältlich, heißt es ist wirklich ein Schnäppchen und man hat auch auf jeden Fall was davon.